Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mit sieben Jahren beschloss ich, meine kleine Schwester für immer loszuwerden. Ich war vier Jahre lang ein Einzelkind. Dann kam Sarah und für meine Eltern wurde ich mit einem Schlag unsichtbar. Immer wieder hat mich meine Mutter daran erinnert, wie froh ich sein sollte, dass ich jetzt eine kleine Schwester hatte. Doch ich hatte nur einen Wunsch. Ich wollte wieder mit meinen Eltern alleine sein. Raus! Jetzt rein! Als meine dreijährige Schwester bereits eine Stunde später nach Hause gebracht wurde, begriff ich, dass ich mit meinem Versuch, sie loszuwerden, zu lange gewartet hatte. Sie konnte unsere Adresse schon auswendig. Musik Musik Amen. Amen. Amen.